Das Schäffel-Gymnasium bietet viele Austauscher und Fahrten ins Ausland an. Wir wollen, dass die Kinder und Jugendlichen Kontakte in die Welt knüpfen. Wir fahren nach England, Frankreich, Italien, in die USA und nach China. In der 6. Klasse fahren wir oder machen wir einen Tagesaustausch mit dem ELSA. Von der 7. bis 9. Klasse geht es in die Partnerstadt Dohl. In der 10. Klasse ist eine Berufsorientierungswoche in Paris inklusive Kulturpart möglich. In der 8. Klasse fahren wir mit der ganzen Stufe nach Hastings und London. Für die Kurstufe besteht die Möglichkeit eines teilweise Aufmerks in Minnesota und New York City. Seit 10 Jahren fahren wir zum Austausch nach China. Und unsere italienischen Schüler erleben eine Woche das schöne Bologna. Wir erhoffen uns dadurch, dass die Jugend durch Kontakte und Freundschaft in aller Welt zur weltweiten Verständigung beitragen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.